Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen App Review und heute zeige ich euch die App Toka Hair Salon Christmas Gift, die es kostenlos im App Store gibt. In dieser App bekommt man diesen Weihnachtsmann hier und kann den etwas verunstalten, indem man hier einfach mal so ein bisschen ranzupft an den Haaren und am Bart. Hier unten hat man diese Leiste und man verschiedene Sachen ausfüllen kann. Ich kann hier zum Beispiel diesen Kamm hier nehmen und das so ein bisschen hochkämmen oder auch runterkämmen. Ich kann hier auch eine Schere nehmen und das abschneiden. Ich kann zum Beispiel auch so einen Föhn nehmen und das hier ein bisschen füllen. Ich kann so einen Rasierer hier nehmen und das hier ein bisschen abrasieren. Oder ich kann zum Beispiel auch Stifte nehmen oder jetzt diese Sprühdosen hier. Dann sprüht man den voll mit so einer roten Farbe und ihr seht, der färbt sich ein bisschen rot. Da gibt es wirklich ziemlich viele lustige Auswahlmöglichkeiten. Wenn man hier auf diese Kamera tippt, wird ein Foto gemacht, was sich dann in der Fotobibliothek speichert, was man dann auch mit seinen Freunden auf Facebook und Twitter und per Mail teilen kann. Was ich wirklich sehr schön finde, weil es wirklich sehr lustig ist, so ein Bild zu erstellen und das dann mit seinen Freunden zu teilen. Man bekommt hier auch nochmal diese Möglichkeit, diesen Weihnachtsbaum hier zu verunenstalten. Zum Beispiel kann ich das jetzt hier auch so ein bisschen abrasieren oder ich könnte hier ein bisschen rumschneiden oder das auch ein bisschen zurechtkämmen. Ich kann hier zum Beispiel auch mit so einem Stiftchen drüber gehen und noch mit einem anderen. Ihr seht, da entstehen wirklich immer sehr schöne Bilder. Fazit Mir persönlich gefällt die App wirklich sehr gut. Man hat sehr viele Auswahlmöglichkeiten, hier diesen Weihnachtsbaum oder den Baum zu verunstellen. Es ist wirklich sehr lustig, das zu machen. Da entstehen wirklich sehr lustige und sehr schöne Bilder, die man dann mit seinen Freunden teilen kann, was ich auch wirklich schön finde. Wenn man ein schönes Bild gemacht hat und das dann auf Facebook posten kann, da wird man bestimmt einige Freunde zum Lachen bringen. Leider habe ich diese App jetzt nicht so oft gebraucht, also wirklich nützlich ist sie nicht. Aber mit Freunden macht es wirklich mal Spaß, so etwas hier zu machen. Die App bekommt von mir insgesamt 6 von 10 Sternen, weil ich finde sie wirklich lustig. Leider nicht mehr Sterne, weil es gibt keinen großen Sinn dieser App. Das war es mal wieder mit diesem App-Review. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir doch bitte einen Kommentar und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!